hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde wir blödeln rum auf dem server mit mir und dem day und wir gucken uns mal so eine runde dass man mal wieder an der achte das run restartet gerade nachdem es jetzt beim letzten mal nicht verstanden haben ist auch da eigentlich okay man wir sind sich alle wieder hier diese trauben bildung geht weg ich stelle da war die spiele immer aus ach so wir geben das und wieder leistungs oder für heute jetzt bei uns hat players enable wie praktisch das ist ja langweilig das kann ja jeder mal schauen der das waren 16 wäre auch gerade in der lobby aber nehmen wir immer die 9 8 8 ok ja alles klar ich auch ganz schön voll gleich krass kann man seine rolle irgendwie auswählen ich glaube das ist random es ist so schön hier ja muss man sagen also diese ganzen fans aber geben sich echt mühe da mit diesen aufenthaltszonen wo wir kommen wir zu dem darüber ich bin so ein gipfel stürmer hier ich bin voll gut okay gerade sagen ich höpfe hier von baum zu und dann runterfallen ich höpfe immer von baum zu erde ich bin ich bin runner genau dieser bin ich voll gut habe ich das gefühl dass das die memorien ich verkaufe wahrscheinlich gleich wieder in der ersten falle ja ich du musst du einfach ich glaube entweder rennst du ultra schnell los und bleibst einfach stehen weil entweder schaffst du es vor der wave oder gar nicht oder ich meine halt dann ok oder hinten also das siehst du da steht zwei leute anscheinend bei den anderen ist echt nur zwei leute verteidigen müssen diese einige geht wir auf die eier mit seinem komischen schilder oben drauf das wasser ist auch tödlich nein scheiße oh nein bin ich doof ich hab's durch wasser durchgeschafft und dann verkack ich den ersten spruch wow yay bin durch das noch ein paar leben und schon bin ich komplett gestorben ok bin aber nur zweimal gestorben weiß nicht wie viele leben man hier hat was ist hier wozu fack wieso kann man denn hier höh weiß nicht wo du bist ich ach hier kann man schweben oder so nee du bist tot woran wieso bin ich denn ich kann da gar nicht gestorben sein nee ich bin auch nicht tot ich finde ich auch nicht meint das du hast jetzt nur noch dieses kompass item oder ja du bist tot was oh man jetzt sind wir schlecht ok dann noch einmal probieren wir es gibt es ja gar nicht what the fuck ich dachte echt ich bin noch im leben hier unten deathrun 10 ist noch schnell bitte wow bist du aber fix ja ich wollte dir gerade sagen da wäre ich jetzt fast nicht mehr reingekommen aber irgendwie hatte ich bei hm keine ahnung ich bin ich denn dann gestorben ja kann es sein dass wir nur zwei hatten dann ja irgendwie schon ok shit wie auch so gewonnen wasser irgendwie berührt nicht gestorben ja vor allem ich bin am anfang direkt durchgekommen da bin ich aber irgendwie noch so ein schritt zurück da bin ich auch weil ich nicht mehr mit haste gerannt bin da bin ich direkt dann in diesen einen sprung reingefallen ja da bei den plattformen ne da bin ich auch so gekommen so an bomb einmal zu lang gesprungen ja das ist echt diese maps da bist du richtig gut wenn du sie kennst aber ansonsten ist nicht so gut der skinnier ist ganz cool der spirit wolf mc so ein bisschen dieses türkise weiße finde ich geil ich bin immer noch gespannt geht los jetzt werde ich definitiv nicht direkt lossprinten weil ich ganz hinten hinten starte bei denen wo was ist denn das hier für eine map ja was soll ich sagen wir kennen ja erst zwei speed run boost jump boost ja ok also diese grünen blöcke sind auf jeden fall jump boost blöcke habe ich jetzt das habe ich auch gesehen aber ich darf so weit hinten starte werde ich definitiv nicht direkt lossprinten weil das kannst du glaube ich echt nur schaffen wenn du ganz vorne bist jetzt schön springen ja gehen wir uns alle auf die nerven auf jeden Fall ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts ach so wir können jetzt alle nach vorne laufen ok das ist dann doch recht fair oha erst überlebt ja ich habe extra mal kurz angehalten ich wollte mir da nicht so ganz sicher zweite überlebt wow aber ich weiß dass da was passiert ok hier ist jetzt jump boost wow oh nein alter ok ok jump boost hier und dann oh stage 3 ja ich auch yes yay yay stage 4 nein über den ersten blatt rüber gesprungen ach scheiße ich auch über den zweiten oh nein die können die runter ziehen oh nein die können die runter ziehen oh man bin ich behindert nein fuck also echt nur so auf einen block ist echt ach scheiße ja ja geschafft ja geschafft oh fuck nein ha 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 oh fuck shit oh nein nein ich bin zu weit gesprungen ich bin zu weit gesprungen oh Gott Ich weiß nicht, wie weit wir dran waren, aber wir sind auf jeden Fall schon mal ganz gut weit gekommen, finde ich. Auf jeden Fall weiter als die letzten Male. Ich weiß gar nicht, war das jetzt Stage 4 oder was war das? Ich weiß gar nicht. Aber, sag mal, öffnet sich ja noch gerade da. Auch schon mal hier, Deathrun 4. 4, 4, 4. Da, ja, bin drin. Na, machen wir das jetzt nochmal. Jetzt sind wir auch mal ein bisschen mutiger hier. Ja, wenn man mal eine kennen würde, dann würde man da schon ganz anders angehen, ne? Würde man ja auch wissen, was so die Fall sind und sowas, aber... Aber beim letzten Mal, da bin ich ultra oft abgestürzt. Also, ich weiß nicht, wie viele Leben du dann hast oder ob du jedes Mal bei einem Checkpoint ein neues bekommst. Du kriegst immer neue Leben, wenn du eine Stage fertig hast. Ich mach mal ein Video vorher. Ja, das hab ich schon auch gedacht, aber ich hab gedacht, vielleicht kriegst du vielleicht eins oder so, weil ich bin dann locker drei, vier Mal abgestürzt. Ja, ich bin da richtig... Du hast ja recht, so ein Leben zeige. Ist mir jetzt auch rausgefallen, ja. Oh, hier seh ich mal die Statistik. 20 Punkte, 8 Tode, 3 Checkpoints. Äh, 20 Tode, äh, 20 Punkte, 11 Tode, 3 Checkpoints, zweimal gespielt. Oh yeah, war fast dasselbe. Nur ich bin selten gestorben. Fünf! Was ist das eigentlich für eine publischen Helmet, die die haben? Hm. Oh, es geht los. Äh, ich kann hier rumlaufen. Achso, nee, das war nur... Oh, ich bin wieder ein Runner. Und es ist wieder die Map von eben. Also jetzt haben wir schon ein bisschen den Vorteil. Jetzt kennt man so ein bisschen was. Okay, ja. Auf jeden Fall bis Stage 4. Ja, ja, ich... Was war nochmal direkt am Anfang? Ich weiß gar nicht mehr. Ach gut. Ähm, nee, ich weiß nicht, das Kopf weiß ich auch nicht. Ich kann dir gleich sagen, was es ist, aber... Ja, wir sehen es ja eh gleich. Ich glaube, es war irgendwas Geschossenes oder sowas. Ah ja, genau. Stimmt, da waren die Pfeile einfach nur, genau. Ja, genau. Da musst du halt einfach entweder früh durch oder spät. Oder spring. Ja, spring ist OP. Also über die Pfeile. Ja, mir schon klar. Get ready to run. Okay, also die stehen recht mittig. Also ich weiß nicht, wenn die da genau schießen, wo sie stehen... Der eine geht direkt weiter. Es ist nur einer hier da. Ah, das ist immer zwei... Ha, ich bin durchgekommen. Ich auch. Ich bin einfach zwischen stehen geblieben. Hier warte ich. Fuck! Jo, da muss es... Da bin ich stehen geblieben, weil sonst... Ja, ich hatte es fast geschafft. Oh Gott, war der Sprung schlecht gerade. Wieso geht mein... Mein Wiederbeleben geht nicht. Ach, jetzt. Wieso, das ist gerade auch nicht weg. Ja, irgendwie gerade... Das ging nämlich gerade auch nicht. Stage 3. Ach, komm ey. Das laggt auf jeden Fall gerade. Irgendwie habe ich tatsächlich das Gefühl, da habe ich gerade... Dick Probleme. Oh! Oh, ich bin Stage 4. Yay. Mein letztes Leben. Ne, ich habe noch eins. 13 Leben. Was? Ich bin außerhalb der Welt gespourrt. Was? Warum? Irgendwie... Yay. Ja, der Serverkart gerade anscheinend hat. Ja. Irgendwie immer, wenn wir spielen... Ja, geil. Bist du noch mit spielen? Ja. Verdammt, ich bin glaube ich sogar der Erste. Recht krass. Also es war, bis ich gerade gestorben bin. Aber jetzt bin ich eigentlich in Stage 3. Weil die Trapper haben es mich voll auch nie abgesehen gehabt. Okay. Also muss ich relativ weit vorne gewesen sein. Ich habe es jetzt schon mal... Oh nein, ich bin zu weit gesprungen. Fuck. Was? Aber was bin ich denn jetzt gerade gestorben? What the fuck? Oh, keine Ahnung. Vielleicht der Trap. Ja, aber da war ja nichts. Ach. Ich bin auch schon wieder zu weit gesprungen. Bist du wieder da, wo wir beim letzten Mal waren, oder wie? Ja, ein bisschen weiter. Äh, hier geht irgendwie der Boden auf bei mir. Was ist denn das? Das ist... Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie hier gerade... Oh nein, nicht gesprungen. Oh nein. Ach, das ist Wasser einfach. Oh mein Gott. Bin ich ein Depp, ey? Ach du bist ein Gang da? Ja, ich habe das Wasser nicht gesehen. Oh Mann. Oh nein. Oh, bin ich gerade schlecht. Diesen Anfangssprung habe ich immer geschafft, die letzte Male, ne? Ich habe dich überholt. Ja, ich bin im nächsten Stage. Fünf. Ja. Geil. Oh, ich bin gerade so hibbelig. Wow. Oh, verdammt. Ich bin echt saugut durchgekommen. Vor allem nur zwei Leben. Nein. Shit. Oh, komm ey. Aber jetzt... Die habe ich jetzt voll gut drauf, glaube ich. Jetzt checke ich die. Ja, ey. Das habe ich einfach überhaupt nicht gesehen. Aber diese Lags, die da gerade waren. What the fuck. Ja, die waren eklig. Äh. Oh Mann. Nun gut. Dann verabschieden wir uns aber auch für dieses Mal. Und sehen uns beim nächsten Mal mit einem anderen Spiel wieder. Mal gucken. Jo. Ciao, ciao. Ciao.